Willkommen meine Freunde ich bin CreperJeyer und heute mit einer Folge von AeroTruck Simulator 2. Wir sind Europa 3 Server und mit uns dabei haben wir den lieber Chris, Servus. Dann haben wir noch unsere liebe Sauron Hallöchen Servus und unsere kleiner Torben Hi So wir fahren von woher sind wir denn überhaupt wieder Mannheim gell? Mannheim. Genau da fahren wir erstmal nach wohin? Ne Metz. Genau und von Metz fahren wir dann nach Dior runter. Aber vor wir losfahren da schalte ich jetzt erstmal mein Radio an. Ja kannst du ruhig machen. Geh mir da noch ein bisschen Zeit bis ich drin bin dann passt es ja auch. Und jetzt schalte ich noch meinen Kanal aus. Ich werde dann wenn wir in Dior sind ein schnelles Cut machen. Weißt du? Und dann gucken wir wie wir das weiter machen. Von Rute eher. Boah das ladet es aber schnell dieses Mal ey. Was ist denn da los? Ich sehe nur den Enger von Sauron. Tag 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 Und gesagt, Chris, Toben, Sauron, du als Dritter und dann ich am Ende. So, Mod anmachen. Na, wie brauche ich nicht? Ich folge euch von dem her. Komm, Sauron. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ja, muss ich gucken, wie ich jetzt da rauskomme. So eng, wie ich da gepackt habe. Ah ja, sauber durch. Habt ihr euren Kanal schon ausgemacht, dass die anderen die anderen haben? Ja, ich hab 15 drin. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt da drauf habe. Achtung, Gio, bremst, bremst. Ja, ja. Ja, du willst wahrscheinlich wieder 19 drin haben, dann ist das... Ich hab jetzt schnell gespeichert aufzusinnen, ey. Sicherheitshalpe. Ja, dass ich die Fracht jetzt auf 0% da ankomme. Aber sobald ich davon rede, sehe ich sie jetzt schon, dass sie einen Schaden kriegt. Genau. Ist immer so, Gio. Wenn ich davon rede, kriege ich immer einen Schaden. Ach, sieh ja schon, aber okay. So. Aber was selber dreist? Boah, bremst doch, oh Mann. Ne, du hast geleckt, Sauren. Kannst du so mit den Eid toll treten, ne? Und das, weil du geredet, das, Mann. Eigentlich kannst du mit den Eid von hinten erst vorne. Warte mal kurz davor. 36%, brauche ich nicht weiterfahren. Ja, doch, brauche ich fahren. Fahr da weiter. Ich habe auch einfach so eine Fracht mitgenommen. Das ist doch schnuppe. Tu dein LKW reib. Aber ich brauche da nicht weiterzufahren, weil mir da während der Fahrt dann abschmiert. Also, bist du komplett rausgeflogen, oder was? Ne, du bist ja da. Nein, ich habe den LKW wieder reparieren müssen, weil sonst packt er schon komplett bis zu der Strecke ab. Ja, ja klar, ne, da macht er ja immer so Kreuz und da, das ist das einzig, was man machen müssen, ist das, dass der Torben hinter... Du hast gelegt, Sauren. Du hast bei mir auf einmal, dann auf einmal warst du, boom, weg war das Auto, aber Torben hat ja vor mir gestanden. So, und... So, gleich nach ein paar Sekunden ist der Crash, richtig geil. Ja, aber auch, ich habe es doch gesagt, so 10% ist das Auto, das ist das Auto, kein Kotzen, Alter, oder jetzt? Mann! Ich hätte gedacht, ich kriege es mal auf die Reihe, ohne einen Schaden zu kriegen. Nein! Es geht meistens nie, das Auto. Naja, da fahre ich von hinterher schon. Okay, ich kann losfahren, das Auto kommt schon um die Ecke. Deswegen am besten 100 Meter sicheren Abstand nehmen, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Eine LKW-Länge. Aber jetzt brauche ich noch kein Tempo, um Warten reinzusetzen, weil das noch in den Scheiß, Kurven scheiße ist. Ne, ne, das macht man dann bei der Autobahn, ey. Wo, 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 nicht kippen, nicht kippen, nein, nicht kippen. K?", niye, nein, nein. Toben war wieder so ruhig, was ist los, Toben? So sorry, so, 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 sorry. Konzentriere mich. Ah, okay, gut. Ich kann immer noch deinen noch nicht vergessen, Alter. Chris, was ist noch? Sorry, sorry, nein. Achtung, Jimmy, stehen gerade vorne. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Ich habe standen auf den linken Verkehr geachtet. Ja, man hat es gemerkt, ey. So, Blinker setzen. Was macht der Kollege da vorne? Nicht den Blinker setzen, einfach quer raus. Nein, nein. Kann ich doch nicht machen, ey. Dann tue ich eh sowieso gleich überholen, dann passt es ja wieder. Ach, du Scheiße. Ich tue überholen, wenn ich hier vorbeiläufe. Torben, versuch es erst gar nicht, wenn der LGW nicht so schnell ist. Kommt nicht schon auf dem Fleck. Ich fahre nur fünf Grammar, schon raus hier. Jungs, was macht ihr gerade? Da hat das Auto vorbei, äh, den LKW vorbeigelaufen. Ach so, damit wir wieder einschließen. Fahrt vorbei. Bin da. Boom! Also, vor ein Pinguin zum Nächster Pinguin sichert Abstand. Nur um Torben erklären, was ein Pinguin ist. Ja, ich fahre jetzt gerade erst auf 40. Ich glaube, Torben weiß, was ein Pinguin ist, oder? Torben. Ja. Pinguin war meine alte Chefin, ja? Das ist doch mit ihren Flossen immer rechts und links gegen ihren Körper. Ja. Das hat meine Chefin mit ihren Händen gemacht, wenn sie sich aufgeregt hat. Deswegen war die bei uns ein Pinguin. Torben, hast du schon wieder Rumbeleuchtung aus? Ja. Perfekt. Die, die, die. Aber irgendwie... Aber die wahrscheinlich schon ganz weit vor Ort. Ja. Glaube ich auch. All ich darf nur mal wieder das ganze Geld wegschieben, oder ob so wie das 640 Millionen schon wieder. Ja, ich muss auch mal eine Kohle irgendwie wegschieben. Ich glaube, man wieder zwei Cheap Money mal rein schnobbern. Ja, ich habe wieder 80 Millionen. Muss man nicht ins... Davon 75 Millionen wegschieben lassen, ne? Okay, im Schuh. Jetzt habe ich ja Verkehrsschütten mitgenommen. Ups. War nicht geplant. Sorry. Brauchen wir den? Ich glaube, sei nicht. Dann ist es unwichtig. Baustelle. Pass auf, wenn... Alter, aber die Saver sind gerade nicht stabil, ha? Ja. Das ist öftig. Die Saver laufen flüssig, wenn du maximal 1000 Spiele drin hast. Über 1000 fangen die an, rumzuspinnen. Das Problem ist ja, weil sie alle faszinierend an einem Ort sind. Naja, was heißt denn da? Ich fahre unter 16 und jetzt sehe ich euch nicht mal. Ich fahre gerade 85. Ja, merkst du was? Ich fahre 125 und zwar, ja gut, ich fahre jetzt 130 und sehe euch noch immer noch. Aber wir haben auch so irgendwen vor uns, der nicht schneller fährt. Ah, dann passt es ja. Oh, abbremsen, abbremsen, abbremsen. Das ist ja jetzt da hinten bei der Kurve, so wie ich auf dem Navi sehen kann. Ja, deswegen, ich bin zu schnell gefahren. Sonst wäre ich hinten reingefahren wieder. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn da los? Irgendwie eine Phase, sobald das Spiel bei mir irgendwie warm läuft oder so. Ist das ein bisschen mehr? Komm, ich tue jetzt alles schneiden hier. Schneiden, schneiden, schneiden. Ja, ja, komm mal schneiden. Ui, hier ist nur 300 Meter entstand. Haben wir echt jetzt 19 Uhr oder was? Ja. Aber hey, wir haben wieder eine Aufnahme am Tag, sonst ist es echt immer dunkel. Hm, schon deutlich. Vielleicht, weil der Tag ist und leckt es bei mir so, irgendwie so schwul. Aber mit dieser 80 Meter, 80 Meter, in Fatui. Jetzt kriege ich Angst, aber jetzt muss ich irgendwie gehen. Oh, scheiße, mein LKW zieht nicht. Ja, ich merks grad. Der kackt voll ab. Irgendjemand hat das... End Internet! Wow, Alter, ich muss jetzt schnell speichern. Ey, ich werde reingeprettert. Tut mir leid. Kein Problem. Ich konnte noch gut ausweichen. Ah. Eigentlich schafft ihr es, den zu überholen, weil mir geht er auf den Kekse. Ich überhole den jetzt. Überhol, Alter, aber was solltet ihr das? Ich komm gleich hinterher. Aber erst, wenn ich dichter dran bin. Bisschen, Trottel. Wann ich jetzt? Wann ich rein zu haben? Wann ich voll rein, weil er mir reingefahren ist. Wirklich jetzt? Ja. Achtung, Achtung. In die Seite? Hey, seh nicht. Er ist von mir in die Seite reingefahren. Kannst du ja vorbeifahren? Echt? Gut, dann geh mal. Kommi. Okay, fahr mal vorerst mal vorbei. Probier's mal. Mal gucken, ob er dich durchlässt. Weißt du, tut er blockieren, oder was? Ja. Pass auf, lass mich durch. Ja, wir sind grad links rübergezogen. Dann komm ich ja mal hier mal aufs Reiten. Ja, wenn er dich rannt und er dadurch bremst, fahr ich jedenfalls runden rein. Das ist ja immer ein bisschen Abstand von denen da vorne. Oh, jetzt knallt's. Wumms. Wie hier ist Dominus, sagt Wumms. Warum? Das hab ich auch gemacht. Oh, scheiße, maut, 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 maut. Oh, hab abbremsen müssen. Bei mir ist hier Feierabend. Ich muss jetzt schnell Speicher reinhauen. Oh. Au. Ich tue den jetzt erst mal reporten, Alter. Welche Nummer? Rumming. Äh, 62. Wegen Blocking, gell? Ne, Rumming und Blocking. Okay. Äh, ich könnte immer weiterfahren. Ich komm nur in den Metz raus. Weil mit 99% brauch ich immer weiterfahren. Ja. Warum, bleib stehen, bleib stehen. So, ich hab ihn auch. Oh, Mann, ey. Au. Ich fahr vorhin gegen die Schrake. Welch, du kriegst auch meine Fresse. Ihr müsst aber gerade ausfahren, gell, Leute? Ich muss da runter nach Metz. Ach so, ja. Mann. Alter, stimmt. Ich hab bei mir neu gestartet. Deswegen hab ich das Ding nicht mehr. Oh. Und knapp an den. Boah. Leberboot. Wenn er mich jetzt abbremst, ne? Schwöre bei Gott. Dreh ich dich durch. Wenn der so weitermacht und schaffst du es durchzukommen. Geh vor ihn und tu schnell speichern, damit er es lernt. Pass auf ihn, da ist, kommt einer. Komischweise lässt er mich durch. Bei mir, nicht. Bei mir hat er mich, hat er links drüber gezogen. Komischweise hat er mich durchgelassen. Ja. Autospeicher, Autospeicher, schnell speichern. Dagegen und. Toll. Und wieder eine Mordsstelle. Ja, hab schon wieder ziemlich viel zahlen dürfen. Ja, mein Gott. Mit einer Million weniger. So. Ein paar Hundert, das spürst du gar nicht. Ich hab noch ein paar Kilometer jetzt vor mir bis nach Metz. Aber ich gucke mal, ob ich mich irgendwo dann wieder nach Metz fahren kann. Wir haben eh nur 53 Kilometer zu fahren. Okay. Habt ihr das Ziel erreicht. Okay, ich hab mich jetzt zurückgefasst. Aber ich finde es auch noch den Pinguin noch nicht mitgenommen gehabt. Torben? Achso, okay. Wir warten halt doch. Vor der, ähm... Nach der Maut. Nach der Maut. Wieso nach der Maut? Da war ein Parkplatz hier gleich nach dem Maut. Nein, nein, nein. Ich bin viel weiter weg. Den Speicherpunkt, klar, davor hat er irgendwie nicht angenommen. Keine Ahnung. Das ist lecker. So widerlich. Ja. Ich weiß. Sind wir alle da? Hey, ihr könnt's ruhig durchheizen. Wir treffen uns dann im Metz und, äh... Ja, ich hab gesagt, ich war hier noch. Du wirst, ne? Ja, ich rede mit dir. Na ja, egal. Hatte schon zweimal gesagt. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, jetzt gerade ewig voll vorbei gewesen. Weil ich bin jetzt bei der S-Curve, wo ich den überholen wollte. Das ist blöd. Ja. Sascha, fahrt weiter. Wir treffen uns im Metz dann, unbedingt. Ja. Dann kommt mir ein LKW auf meiner Spur entgegen, alter E. Ich weiß, warum ich das in letzter Zeit nicht spiele. Wieso? Weil nur noch Chaoten auf der Welt sind. Ja, wenn nur das wäre, Chris. Wenn nur das wäre. Sind wir noch richtig? Achtung, ich bremse ab, Tio. Ich bin hinter dir aber okay. Ja, oder Torben. Pass auf, ich bremse ab. Dass du abbremsen sollst. Ego, jemand hat hier sein Handy in der Nähe von den EZ. Meins ist so weit genug weg. Meins ist am Tans, ja. Und ich hab kein Handy mehr. Also kannst du noch nicht sagen. Meins liegt da, wo es immer liegt. Du meins hat noch nie gestört. Hahaha. Oh, na gut, das Lied läuft auf Antenne-Bahn. Oh, mein Gott. Wo steht der eigentlich? Ich fahre nicht schon vor, weil ich jetzt gleich wieder abgrenze, ne? Ähm, sag ich dir gleich, Chris. Muss kurz auf dein Navi da rumschwitschen. Achtung, ich bleib's abtauben. Achtung, ich bremse wieder ab. Ich wünsche mich hier mit 0% Schaden. What the fuck? Jetzt macht es gleich bei mir, boom, und, 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 boom. Sag ich doch, macht es gleich, boom. Und? LKW, nicht müde. Ich hasse dich, Klepper. Du bist so ein Arsch. Jetzt weiß ich, dass du da bist. Ey, wie viele Leute sind da drin gerade? Sieben Leute. Jetzt bin ich hängengeblieben. Grünen, brauche ich mich zu sagen. Alle, ich darf nicht übertragen, um den ETS voll zu zeigen, alle. Sind sie sicher, dass bla 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 bla. Ich mach jetzt anders, ich bleib jetzt hier schnell mal schwind. So. Bob! Nein, jetzt gibt's schon wieder, nee, ich hab keine Lust. Also, ich hasse diese Einfahrt immer, ne? Und grad auch noch dieses scheiß, kleine, Wendekreis, was die immer da haben, ne? Und der hat auch voll die Lecks. Es ist furchtbar heute, ey. Äh. Das ist alles, naja. Voll verkackt gerade, Alter. Ohne Witz. Ja. Ja, Gott sei Dank bist du in der Gatsch hier. Ist zu sehen. Ja, leider. Auf, hör's ab, Alter. Ich will's ja, dass du's noch aufnuchst. Ach, ja, ich hasse es. Nein, jetzt hab ich schon wieder. Mann. Lach nicht. Du weißt gar nicht, warum ich lach. Ich find's nicht so witzig, wenn ich da jetzt gerade ewig Probleme beim Einparken hab. So scheiße, ne? Von allem, wenn du so aus der Kabine rausklotzen musst. Ah. Halleluja. Nach 10.000 Jahren Anläufe. Schade. Oh, ja. Hau ab, Tio. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Das ist so eine Ratte, ne? Hau ab. Ich will's dir, dass du das aufnuchst. Schau das Langewitz. Hau ab. Jetzt boom, Alter. Ging das da? Wie geil, Alter. Das ist so gemein, Alter. Ohne Witz. Ich nehm alles auf, Alter. Bloß, Alter. Hau jetzt ab, Alter. Alles. Hast nichts gesehen, was ich gerade anstelle, okay? Hast nichts gesehen? Ne, ne. Aber die Leute, die sind die Video angucken. und haben alles gesehen. Hey, hey. Aber das ist ja witzig, oder was? Ja, Alter. Soll ich auch steigen, nur für dich einparken? Nein, brauchst du nicht. Nein, steig nicht. Wir könnten nicht mal. Nein. Ich hab gedacht, das ist ein scheiß Ding, wir doch geschaut. Alter, ist das geil. Gut kommt mit, verdammt. Ach du Scheiße. Ich kann mich schon, ich kann mich schon, ich kann mich schon, ich kann mich schon, ich kann mich schon wieder. Oh, er hat das hingekriegt. So, jetzt muss ich erst kurz in die Wextrad, ey. Oh, wie göttlich. Motor, Fehlfunktion, yippie a yay. Oh, Mann. Nein, ich will da nicht hängenbleiben, Alter. Ja, komm sauber rum. War mir frei. Wieder das Handy nah dran an der RZ. Ich bin's nicht. Mein Zähne liegt leider an dem Fenster. Äh, Fernseher. Oh, Fahrschneller, Gio. Immer diese lahmarschigen Gurken, ne? Ich hab so schnell Speicher gedrückt. Also. Hola. Ja, ist okay, ich nehme mir gleich meine Fracht. Bin ja schon dabei. So. LKW repariert. Wieder Anzahlzeit. Sollen Sie da irgendwelche Fracht nehmen? Ja. Dann schauen wir mal, was wir da für eine Fracht haben. So. Das nächste Ziel ist noch, ja? Die A. Die A. Ja, ich hoffe, dass ich was hab. Darben. Und nicht gleich so rückwärts rein. Davor steig ich aus und schneid ich die Kabel durch. Ich hätte sogar eine Fracht nach Leon. Wohin? Das bin ich nicht. Leo. Das war's, du. Ich hab sogar dein Lichter jetzt nicht gesehen. Nach Leon. Leon. Falsch. Das ist genau bei Ding unten drunter. Bei Dior unten drunter. Ich weiß. Ich fahre aber auch. Ich fahre nach Dior von mir hoch nach Paris. Da hab ich sogar nichts gemacht.